und dann meine chance geweckt ein pixel oder zumindest etwas etwas älter schließen dass es könnte ein gameboy advance spiel sein es könnte ein pc spiel sein es könnte ein ein snes spiel sein was ist das denn wald und eine wiese wald und wiesen gehören zusammen wein world war w w w w w w w und dave und wiesen gehören genauso zusammen zuwenden von kopfmann und wiese so ich habe keine ahnung erinnert mich an advance was ja aber eben nicht ne weil advance was ist halt mehr mit den teilen ich würde erkennen denn das würde ich sofort erkennen aus dem ersten bilde man es schwer beurteilen ob das ein neues oder ein altes Das ist das Problem. Deswegen sage ich, es ist Final Fantasy 5. Schade. Hätte ja sein können. Not rated. Secret of Mana ist das. Okay, doch nicht. Danke, Lens. Könnte eigentlich Final Fantasy 1 sein. Es ist kein Final Fantasy. Wir haben das Franchise schon ausgeschlossen. Das ist ein Building Simulator, glaube ich, ne? Toll. Ja, da sieht doch ein Steinbruch. Hm. Ich habe Siedler 1 nicht gespielt. Könnte Settlers einfach nur sein? Nee. Siedler 1 ist zu ähnlich zu Siedler 2. Was gab es denn dann noch so an Siedler ähnlichen? Hm, sieht aus wie ein RTS. Ja, RTS oder Wohlstoffaufbausimulator. Genau, genau. Eben so Settler. American Conquest. American Conquest. Ich habe keinen... Das gibt's nicht. Hab ich's falsch geschrieben? Nee. Das gibt es nicht. Warcraft 1. Warcraft. Es ist Warcraft. Chat, was ist falsch für euch? Oh Gott, sieht das schäbig aus. Ja gut, Warcraft ist ja auch erst mal irgendwie gestartet. Und? Not bad. Und Milchie genauso. Ihr beide hattet Warcraft gesagt. Schön. Nie gespielt. Kein einziges. Ich mag RTS nicht. Das ist mein Kopf zu langsam. Das ist jetzt aber hier so langsam so. God of War. Das sind Spartaner. Nee, ist ja God of War. God of War. So. Schön, der erste. So. Äh. Nee, 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 nee. Hier. Schade, nicht mal das Franchise stimmt. Also, traurig. Early RTS Games are a bit different. Ja, vor allem vom Grafikstil. Guck mal und schläft schon. Milchie, das bildest du dir. Nein. Ich mag das nicht. Ich fand Siedler. Siedler war mir schon zu stressig. Und Imagine das gegen den anderen zu spielen. Nein, 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 nein. Lost Ark, Divinity und Konsorten. Schön. Ich hab keine Ahnung. Das sieht schon wieder nach irgendwas aus, was ich nicht gespielt habe. Hä? Äh. Ein Lost Ark? Divinity, meinst du Original Sin oder wie? Divinity. Nee, Divinity. So. Gott. Hier. Mh, bisschen schäbig aus. Das ist der erste. Nope, nicht mal Franchise. PC-Spiel. Oh. Hm. 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 Das sagt mir gar nichts. PC. Oh. So. PC-Spieler. Komm mal raus hier. Tja. Toll. Keine Ahnung. Kein Plan, Mann. Ihr seid nicht liefreich. Ich mein, das ist doch auch nett. Das ist hier Gruppenarbeit. Los. Wir müssen dem Lehrer gefallen. Wir machen das jetzt Landstrack nachher vor. Animal Crossing Tactics. Ich würde ein Tactics Game von Animal Crossing sofort kaufen und spielen. Das wäre nicht super. Der ist so grün umrandet. Aber das hilft hier nichts. Das ist nur umrandet. Der ist markiert. Das ist, ähm, Assassin's Creed Tactics. I don't know. Irgendwas mit Desert sage ich. Desert. Was haben wir denn so? Quad Desert Fury. Conflict Desert Storm. Desert Commander. Nee. Action Roleplay. Illusion Acropolis. What? Das ist irgendeine Harp hier. Papa Lance, zeugt euch was? Zeugt euch das? Was ist das? Nein, nein, nein. Wir machen gerade die Gruppenarbeit und du musst es später vortragen, Lance. Du hilfst nämlich hier gerade nicht mit. Deswegen, das sieht nach einem MMO aus. Oh, oh, Milchi sagt ein ganz langes Oh. Oh, ja. Komm, Milchi. Gedankenblitz. Zack. Du weißt jetzt, was das ist. Go. Hilf dem alten Mann Dave. Might and Magic 4. Oh, ja. Das gab's. Das ist bestimmt so ein RPG-Ding wie Neverwinter Nights, Baldur's Gate. Das hatten wir schon mal. Ich hab den ersten oder zweiten. Weiß ich mal. Das ist ganz alt jetzt. Achso. Leider wieder unter die Richtung. Dann bringen wir mal Might and Magic. Might and Magic. Hier. Achso. Gibt's nicht. Wir hätten Heroes of Might and Magic. Kann ich auch drei nehmen? Du hast vier plus gesagt. Wir hätten acht. Wir hätten acht. Wir nehmen acht. Nein. 2006. Oh, ist das nicht dieses Dungeon-Game? Nee, ist es nicht, ne? Ist das Blacky-Gespie? Nee, da passt der Rest nicht. Hier, dann Dungeon-Keeper. Diablo 2. Na. Nee. 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 Nee, solche Hilfsbars gab's doch nicht in Diablo. Hä? Und die sind alle. Nee, 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 nee. Die sind da. Zwischen 6. Da war ich 14. Da bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit Alkohol und Zigaretten gekommen. Das war, als ich zum... Da war ich ein Jahr lang in der Stadt zum ersten Mal. Das Landkind hat dann so langsam nach einem Jahr Fuß gefasst in der großen Stadt. Und hat sich sofort bequatschen lassen. Aber weil ich richtig schön naiv und hab wirklich gedacht, ja, die Menschen seien doch alle die Wahrheit. Lügen tut man ja nicht. Ich war wirklich so naiv. Und hab wirklich erwartet, dass jeder immer die Wahrheit sagt. Das war ganz schlimm. Ich hab dann in der großen Stadt eben gelernt, die Welt ist scheiße. Die Welt ist schlecht. Glaub niemandem. Wenn Lance sagt, er mag dich, dann hat er recht. Hm. Ich hab keine Ahnung. Aber es muss ja irgend so ein... Irgendwas in der Richtung sein. Dave ist naiv. War naiv. Dungeons & Dragons online. Dann hat er recht. Genau. Hallo, so Linda, by the way. Warum bist du denn da? Es gibt ein DnD online Ding. Dungeons & Dragons Tactics. Hm. Actually. Oh mein Gott. Nehmen wir. Nein. Iron Lore Entertainment. Ich weiß nicht, was sind die Namen. Das ist immer ein bisschen was vom Menü. Das ist eine Karte. Und das ist irgendwie ein blaues Sau. So ein Auge. Oh, was ist die? Hat das schon mal jemand gesehen? Irgendein Lager. Da läuft ein anderer da. Aha. Ne. Ne. Männergesumme, brauchen wir uns nicht erinnern. Ähm. Hm. Joa. Never seen. Never winter wäre am nächsten dran von der Aussage. Und es sieht auch nicht aus, als gäbe es hier oft Winter, weil alles schon verdorbert. Also, ja. Ankommen never winter. Egal. Hauptsache weiter. Titan Quest. Hm, besser als gar kein Guest. Titan Quest. Wow. Philanderer wettet uns im letzten Try den Arsch. Was zum Fick ist Titan Quest? Ja. Danke. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Sonic sagen will oder Katamari. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist doch bei diesem blöden... Das ist irgendein... So, Sonic... Wie heißt das 2006er-Ding? Ich sag das da. Milchi, wie hieß das Sonic 2006er-Game? Irgendwas mit Golf oder... Nein, das ist Sonic 06. Aber wie hieß das? Das heißt ja nicht Sonic 06. Sonic 06. Ja, aber wie heißt der richtige Name? Sonic 06 ist ja nur der Fan-Name. Was? Adventure? Und hier ist das neue. Heroes. Mania. Wie viele scheiß Sonic-Spiele gibt es? Oh mein Gott. Kein Wunder, dass die Welt zur Runde geht. Wenn diese Liste die Sonic-Spiele sind. Sonic the Hedgehog. Das heißt aber nur Sonic the Hedgehog. Sonic... Schade. Das sieht eher nach Sonic-losen-Vorals aus. Hallo Pitchi. Einen wunderschönen guten Morgen. Äh... Oh nein. Ja, ja, ja. Das ist dieses ähm... Äh... Hier ähm ähm ähm... Squid Game. Genau, danke. Das Squid Game Game. Ach nein, wie heißt denn das? Das heißt nicht Squid Game. Äh... Das sieht nicht aus, als ob es überhaupt Sonic ist. Ja, jetzt nicht mehr. Aber das hier hätte Sonic sein können. Crap, Crap Game. Ist das Crap Game? Danke. Das, was die ganzen Streamer gespielt haben, das ist einfach komplett... Das ist einfach wild wahr. Ja, genau. Squid Game in... Ugly... Drecks Engine. Guck dir das an, da ist es... Äh, nee. Ja, genau. Es sieht nämlich wirklich so aus. 2001, ne? Da hat einfach irgendjemand... auf die Schnelle in irgendeiner Pack-Engine... ein Spiel gebaut, nachdem Squid Game so eine erfolgreiche Netflix-Serie ist. Und das kam dabei raus. Es ist halt einfach nur ein Trash-Game, das deswegen lustig ist. Es greift einfach nur die Prinzipien von Squid Game auf. Hier dieses umdrehen, runterfallen, blabla. Einfach irgendwie überleben. Hauptsache das schnellste sein. Und deswegen haben es alle Streamer gespielt. Ich weiß noch nicht, ob das was gekostet hat. Ich hoffe nicht. Daniel Zuman, wenn du nur ein Euro dafür verlangt hast, hast du immer noch gut Geld gemacht. Für wahrscheinlich 10 Minuten Arbeit. Lass es 300 Minuten Arbeit sein. Keine Ahnung. Es wird halt wirklich sehr schnell auf die Welt losgelassen. So sieht es halt auch aus. Ich werde weitermachen. Ich sage Wind Waker. Nein. Not rated. Entweder das ist so alt oder so neu. Oder so schlecht. Und keiner will spielen. Die Witze sind... Das ganze Buch ist furchtbar. Soll irgendwas zum wach werden, bevor es zur Arbeit geht. Aha, okay. Also jetzt trifft sich ganz möglich die Leute, die gerade noch wach sind, mit den Leuten, die gerade schon wach sind. Unten bei Milch in die Tiefkühlpizza machen. Nice. Den Ausbilden-Game, welches ich aktiv dutschen würde. Ist das ein Wizard of Oz? Komm, das klingt doch schon mal ganz gut. Wizard of Oz. Ne, eine Zeit nur. Yellow Brick Road. Sehe ich nicht, aber von mir aus. Nö. Rainbow Cider. Sag mir nicht, das ist hier Pony Game. Gibt es bestimmt ein Pony Game? Weil Cider ist Alkohol? Ne, ne, ne. Das ist kein Pony Game. Wie heißen die denn überhaupt? Ich werde vergessen. Überlegt, ob ich mich lieber nochmal aufstehe und auf YouTube oder so chille. Hier mit Menschen zu reden. Ich bin froh hergekommen zu sein. Ich bin auch froh. Das hat mir schon geholfen. Nein, Quatsch. Es ist immer schön, Leute hier zu haben. Rainbow Cider. Ja, Regenbogenbier. Wo gibt es Regenbogenbier? Regenbogenbier. Regenbogenbier. Das geht eigentlich gut von der Lippe. Wenn ich ein Bier rausbringe, dann mache ich es auch bunt. Oder genau. Es ist Regenbogenbier. Und jede Sorte, also du weißt eigentlich gar nicht, welche Farbe deins hat. Oder nee, es sind Glasflaschen. Aber es ist immer anders gefärbt. Es gibt zum Beispiel das gelbe Regenbogenbier, das grüne Regenbogenbier, das rote, das blaue. Ja, ist okay, Headset. Headset, ne Gott, schon wieder. Nee, ist okay, ist okay. Oh Gott. Es sei, dass kein Bier sind in Richtung Wein. Ist mir egal. Das ist halt Regenbogenwein. Kann man auch färben. Aber Regenbogenbier wäre lustig. Aber dieses, ja, nicht Cartoonartige, aber der Hintergrund. Und er sagt mir irgendwas. Aber das halt nicht. Das auch nicht. Hm. Ich packe alles zusammen, damit ich pünktlich bin. Los, 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 verheimen, verheimen, aber vorsichtig. Mein Wein kenne ich mir noch weniger aus. Ich mag nämlich kein Wein. Wein schmeckt mir nur dann, wenn er unglaublich süß und fruchtig ist. Aber ich mag ihn, aber das ist gar nicht der Grund, warum ich ihn nicht mag, sondern Wein macht mich unglaublich betrunken. Wenn ihr mich je abfüllen wollt und Geld sparen wollt, gebt mir Wein. Ich bin sofort weg. Weiß ich nicht, vertrage ich einfach überhaupt nicht. Aber eine halbe Flasche rum, ja, geht's mir doch wunderbar. Aber ein Glas Wein, weg. Keine Ahnung. Ich werde immer zum Bohnen in allen Geschmacksrichtungen in Ciderformen. Quasi. Jeden Menschen, weil Wein sofort ins Blut geht. I don't know, ich trinke einfach Wein generell nicht. Wein nicht ab 16? Sollte das nicht schwächer sein? Wein ist ab 16, genau wie Bier. Ich vertrage den weniger als... So bumm, der ab 18 ist. Ich weiß es nicht. Rainbow. Was ist das Pony Game? Bubble Bobble also featuring Rainbow Islands. Der Name ist dumm genug, wir nehmen das. Was zur Hölle seid ihr? Wer hat diese, ich würde mal sagen, Weisenkinder in ganz spezieller Optik schon mal gesehen? Fuck. Auch die Schatten sind extrem speziell. Wait, really? Ja, ich bin Rumtrinker. Wein macht super schnell betrunken, aber auch nüchtert auch sehr schnell wieder aus. Ah. Hab ich nie probiert. Ich habe... Der einzige Wein, den ich wirklich viel getrunken habe oder überhaupt getrunken habe, war... Mit 15, 16 vom Rewe die anderthalb Liter Tetra Park Sangria Parkhof. Weil die... Die hat irgendwie nur 1,50 gekostet oder so. Wir hatten halt kein Geld. Wir mussten halt aufs Geld schauen. Ich mag Rotwein sehr gerne, du darfst mich gerne mal auf den Rotwein einladen, Milchi. Aber was sind das für Kinder? Ähm... Ähm... Wie heißen die? Nicht Refugees. Ähm... Orphans. Orphan. Es gibt kein Orphan-Game. Schade. Das ist schade. Okay, es klingt blöd. Ähm... Ich habe im kompletten Jahr, also wir haben jetzt den 20.11.23. Ich habe im kompletten Jahr, 2023, ein Glas Alkohol getrunken. Und das war auf dem Festival auf Rock'n'Park, habe ich mir ein Glas Meht gegönnt. Da saß ich im Gras hinten am Abend und dachte mir, ja, jetzt ein Glas Meht habe ich Bock drauf. Und das war's. Aber... Äh... 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 Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich weiß wirklich, ich habe gar keinen Anhaltspunkt. Was ist er denn? Er sieht aus wie der Typ, den wir gerade eben hatten. Ähm... Irgendein Pirate, oder? Guck mal hier, das ist ein Pirate-Game. 2008. Das war genau das, ja, wo ich jetzt recht nichts mitbekommen habe. Pirate. So sieht Tape aus, wenn der sauer ist. Äh... Dave's the Driver. Pirate Pete. Nein. Spicy Horse. Ist der Developer. Es sieht aus wie... Äh... The Goat-Game, äh... Goat-Simulator, nur... Anders. Was ist das? Er sieht witzig aus, wenigstens. Wir haben den Titel schon mal gehört. Ich bleibe bei Pirate. Was habe ich gerade gemacht? Pirate Pete. Space Pirate. Nee... Ich könnte ja eh auch nicht. Sit minus Pirates. Nee, dann ist es halt... Pirate Pop Plus. American McGs Grimm. Im Leben habe ich davon noch nicht gehört. Was für ein Ding? Es ist einfach ein ganz wildes Game. American McGs Grimm. I don't know. American... Ich guck jetzt mal nach. McGs Grimm. Das gibt es noch nicht mal auf... Mir wird kein Steam Link vorgeschlagen, witzigerweise. Das gibt es nicht auf Steam. Deutsch. Aber auf GOG. Was kostest du? Das ist eine furchtbare Bewertung. Was ist das denn? Was ist ein Point in Klicken? Nee. Das kostet aber auch noch 10 an. Mit eurem hätte ich gesagt, spielen wir mal einen Stream lang. Aber so? Nee. Machen wir weiter. Ah. Seaport. Seaport. Also das ist irgendein Metallkonstrukt. Aber die Natur erobert schon zurück. Also irgendein Postapokalypse-Ding. Seaport. Ein Hafen? Das sieht aus wie Dings hier. Ja, Dings. Zombie mit kleinen Mädchen. Einen alten Typ. Meinst du hier Telltale? Walking Dead? Na, na, na. Was? Also von der Struktur her, von diesen Metallstangen würde ich sagen, das ist der Darth Vader. Weiter. Für die Pilz-Zombies. Die Pilz-Zombies? Undead Mario. Last of Us. Ah. Oh, es läuft aus. Ja. Oh, es ist Last of Us 2. Ah. Nee, hä? Ja, aber wie heißt das jetzt? Leck mich doch. Was ist es denn? Wir sind left behind. Part 2. Part 2, oder? Aber sauber Milchi. Da wäre ich, äh. Jetzt drauf gekommen. Bei Bild 5. Ich habe Last of Us 1. Seit Jahren im Regal stehen. Und ich einmal gespielt. Muss man das gespielt haben? Dann sagt er alle ja. Ja. Ich will es aber nicht spielen. Nee, ich nicht. Das ist doch gar keine Entscheidungszeit. Ah. Hitler im Bunker. I don't know. Was ist das denn? Was soll denn das sein? Rusty Bunker Teil 5. Jetzt auch in HD-Grafik. I don't know. Nee. Ich will es mal ein Fungus-Zombie. Ich gucke mal einen Bunker. Ja. Das kennen wir alle. Also wir haben ja noch nichts anderes. Äh. Leck mich unter dem Schankhaus. Wenn ich die Schank meint. Ähm. No. Äh. Das ist auch Zombie hier. Zombie. Ähm. Ich kann auch mal ein bisschen. Zombie-Hunters. I don't know. So, damit kann man schon eher was anfangen. Was ist das denn? Mh. 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 Das ist eine Mischung aus Metroid und Fallout, hätte ich jetzt gesagt. Da haupt Mother Brain drin, aber im Fallout-Universum. Aber hier haben wir... Es ist ein Shooter. Wir haben hier so ein Ziel-Ding. Ähm. Hier diese Russen-Shooter. Metro. Äh. Stalker. Das ist Metro 1 vielleicht? Das ist ein bisschen giftig. Ich sage Metro. Metro. Metro... Metro ist... 2033 der Erste? Nee, schade. Mh. 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 Faltroid. Animal Crossing Nuke Age. Mh. 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 und ich gebe sie ein website okay nur kein daisy das ist anscheinend mich hier so tesla tesla technik was gibt es denn noch da sie was hat das schon ach so nein das z ist direkt dran das ist nicht der sie das person shooter survival höhe wenn seudberg auf einmal ein untoter mensch werde der daisy klon oder doch nicht mehr gut infestation steht das noch also nee das war das ne zählt nicht mehr anscheinend in welchen siehst du da will nichts vom zapfer abgeben wenn es mein zapfer ist dann nein das war der stalker ist stalker survival holland ne ne was mit never ist minecraft mit never das wäre schon stalker mäßig aber das nicht mehr ist stalker mit so monstern naja stalker nicht mehr ich glaube stalker hat nämlich nicht solche monster zu modern gibt ein spiel das heißt never never nicht in dieser datenbank aber wir haben nur noch 90 spiele insgesamt vor uns dann sind wir up to date da haben wir jetzt so und kreuz keine ahnung das ist halt nicht mein genre einfach first person shoot also da geht der shooter survival holland survival holland heißt recht nicht stalker würde er richtig nicht aufgehen aber die spiele sind von 2007 onwards und das hier haben wir wissen ja noch nicht von wann das ist ich sag jetzt stalker wir haben keinen anderen berger gestern stalker ist es ist nämlich stalker seit 2007 wie die bloß talker nicht aus da guck das ne okay ich gehe weg nein so das lässt mir nur nicht aus was zeigern uns zwei warum 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 ich hab das spiel noch nicht mehr gesehen doch ein bisschen gesehen aber nicht gespielt warum weiß ich das holy shit warum ich frage gerade ich mir selber stelle warum weiß ich das wenn ich das hier sehe dass das psychonauts zwei ist macht die zähne mal weg geht money risk das ist das level in der bank das ist ein xbox logo da ist wieder die zone und wann ist das echt das kam es vor zwei jahren raus er sieht aus wie der der hello neighbor oder das ist noch mehr zähne guck mal und da ist ein tiefgepitzer gut und double fein double fein ist ein gutes studio